Das Corona-Quartett bestehend aus Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer haben am Donnerstag ganz kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen. Der Grund dafür die täglich steigenden Corona-Zahlen und dann ist natürlich auch noch dazugekommen, dass Deutschland am Mittwoch Wien auf die rote Liste gesetzt hat. Diesem Beispiel ist dann Dänemark am Donnerstag gefolgt und Belgien wird diesem Beispiel dann am Freitag um 16 Uhr folgen. Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete deswegen drei neue beziehungsweise verschärfte Maßnahmen. Die erste Maßnahme beziehungsweise ab Montag 0 Uhr, da gilt es dann den sozialen Kontakt zu reduzieren. Indoor bedeutet das, dass sich nur mehr zehn Personen aufhalten dürfen. Bei Outdoor-Veranstaltungen beziehungsweise Outdoor-Privaten Feiern gibt es eine Grenze von 100 Personen. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich Begräbnisse. Hier möchte man den Angehörigen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie viele Personen kommen dürfen. Die zweite Maßnahme, die betrifft den Gastronomiebereich. Die Konsumation, die darf nur mehr am Tisch erfolgen. Und die dritte Maßnahme, die betrifft die Maskenpflicht. Hier gibt es eine Verschärfung. Bisher gilt die Maskenpflicht ja nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch in den Geschäften und natürlich auch beispielsweise Museen. Ab Montag 0 Uhr gilt die Maskenpflicht. Dann aber auch auf Märkten und auch im Gastronomiebetrieb. Das bedeutet, dass die Gäste beispielsweise beim Hineingehen bzw. Hinausgehen des Restaurants die Maske aufsetzen müssen.